Der 8. August ist Weltkatzentag. Und da denken wir natürlich auch an Stubentiger Tadda-Sos. Die immer gut gelaunte Katze. So sieht sie aus. Unter welchem Spitzennamen wurde sie? Grumpy Cat. Grumpy Cat, das ist richtig. Noch nie gesehen? Also, ja. Ja. Im Vorbeistrollen und so. Mein Algorithmus ist nicht auf Kätzchen eingestellt. Du hast eine Katze, ne? Ja. Okay, guckt die auch manchmal so? Nein, die hat nur einen halben Schwanz. Aber die guckt trotzdem fröhlich. Nein, sagt jetzt nichts. Mach weiter, mach weiter. Nein. Mach weiter.